Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pathfinder Wrath of the Righteous So, ich habe jetzt hier nochmal gespeichert gehabt und Komm Hoffentlich kriege ich das jetzt vernünftig da oben Und ich gehe mal da hin Sila Du erstmal direkt Da an die Seite Die Frage ist Nee, 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 Fireboy soll ich da definitiv nicht machen Ich bin eher multet, aber ich denke, dass ich das lieber auflasse Nee, 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 damit mache ich hier auch meine eigene Okay, ich denke, ich mach erstmal den Clarick da Platz machen. Der ist für mich am gefährlichsten. Uff. Es hätte aber da wesentlich, wesentlich schlimmer noch ausgesehen, wenn ich Pech gehabt hätte. Oh, fuck it ey, nicht gut. Ich werde dir wieder helfen. Mhm, mhm, mhm. Irgendwie bin ich da gerade nicht so happy mit den... Wie das da mit den Lebenspunkten aussieht. Mhm. So. Hm, nochmal mehr. Happy to spellbuck. Happy to spellbuck. Mhm, 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 mhm. Gut. Das ist Battle Ex Verhört Kukri Schwarzbier Kult Iron Finest Building Enhancement plus 1 Du bist besser, das heißt Dann nehme ich doch lieber mal den Okay Das ist doch ganz gut Dum-dum-dum-dum So Hier Alter, Camellia ist halt echt Also ehrlich, Camellia, ich setz dich jetzt auf Auf Backline Das ergibt ja so keinen Sinn, das bringt ja nix Ich da immer über reinlaufen zu lassen und dann Nein, nein, nein Oh fuck Wieso lösen die eigentlich nicht das aus? Jaa, schön, dass du das gefunden hast, das bringt ja aber auch nix, wenn du da gleich reingehrennst, okay Puh, Glück gehabt Wenigstens nicht da reingerannt Da, okay Das Abend Sehr schön Oh, jetzt könnt ihr auch mit da hinterher kommen Ich glaube nicht, egal Also, Recaias' Key Stimmt Das hatte ich jetzt da gerade komplett vergessen gehabt Dass der ja dafür einen Schlüssel haben möchte dort Gut, ich mach mal Oh, hi So many plans and hopes have gone up in smoke along with this city And so many are still yet to burn Soon Okay Ich fand die interessant Darf ich die Darf ich die als Begleiterin haben? Mhm Das war easy Mhm Full of armor holding herz Janil Dresen Janil Dresen The Holy Marta Okay, interessant Huh Sonst hier noch irgendwas weiteres außer Okay, Magical Essence, das ist natürlich sehr gut Notwärts selber wäre ich glaube ich auch nur nach unten gefallen Und nix weiteres Das fällt mir gerade so auf Ich denke, ich sollte mich nochmal wieder heilen Ich denke, ich sollte mich nochmal wieder heilen Das ist halt immer so das heilen, das braucht ein bisschen Zeit Das ist halt immer so das heilen, das braucht ein bisschen Zeit So Hi Ah ja, stimmt Der Spaß da jetzt nochmal Ich weiß jetzt halt Immer noch nicht so wirklich Ich glaube das sind Kultisten, also Ich glaube das ist halt Das scheint funktioniert zu sein. Das ist doch ganz gut. Und das kennen wir doch schon, den... Hm. Das war fies, glaube ich, gewesen. Da oben bin ich nicht reingegangen. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Mach ich jetzt erstmal lieber einen Save. Ich schaue hier mal. Elven-Nords mit den Greigerlsen, mhm. Okay, dann speichere ich nochmal. Und bevor ich jetzt dort rechts... Habe ich die Tür überhaupt benutzt? Ach, vergang. Egal. Hm. Hatte ich die überhaupt gesehen? Ich bin. Uh. Interessant, dass ich jetzt an der Überbelastung stehe... stecke. Äh. Wie kann ich das denn? Abändern, dass ich nicht mehr dieses Problem mit der... ...zu schwammenbelastung habe. Und mal den. Hm. So. The divine power seven? Mhm. That might be the reason why it remains hidden. You can trust me. I'll let you back. Okay. Is that just... No. I know that... It's a bit more... A bit more... Okay. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. Ach du... Is aber gar nicht gut. I'm still got it. Is aber wirklich gar nicht gut. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. I have to look at the other ones first. You, a sac. I have to look at the ones first. ...and do one more time. Is that a monster too? Can't do one more time? At least... ...the one more time. Amber, kannst du Sila schnell heilen? this will leave a bruise for you Ich bin dein Leben. Ich bin dein Leben. Ich bin dein Leben. Ich bin dein Leben. Oh shit. Oh fuck it is. Amber. Das lade ich nochmal weil Amber tot ist. Hmm. Und Bowie. Einfach was trinken. Hmm. Ich weiß halt echt nicht so was ich am besten machen sollte. Hmm. Hmm. Hmm 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 hmm. Hmm 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 .one 이유 Den muss ich eigentlich noch an Sila geben, später, wenn sie benutzen kann zumindest. Denk mir gerade nicht. Habe ich irgendwas, was mir da noch irgendwie was bringen könnte? Es ist sogar das Problem. Okay... Hat irgendjemand... Ich habe eine Säuche, um den Husten zu verabschieden. Ich habe eine Säuche, die Husten zu verabschieden. Ah! Okay, one Temporary Hitpoint bringt auch nicht so viel, aber Korbetext, mhm, Mordet Okay, vielleicht gibt es da doch Möglichkeiten, dass... Ich mach mal, noch mal safe. So, hm. Wieder der Spaß. Gut, ich muss die ja... Ja, erstmal hier. So, dann. Sila, du bist da direkt dabei. Camellia, mit dir. Ashering Curses, hmhm. Jetzt ist es... Tracast und Taker, including Weapon-Attacks-Attacker, must roll twice and take the worst result. Hmhm. So, damit das da schonmal. Lan, hmhm. Nenyo. Du. Du machst bitte das. Hier. Ah, fuck. Immer da... In Touching Range. Das ist nicht... In Touching Range ist gerade nicht optimal für... Hm, hmhm. Shit, ey. Das ist nicht gut, ich bin wieder tot. Das ist böse, das Ding. Dieser Kampf ist richtig wütend. Also irgendwie läuft das nicht so wirklich, dieser Kampf hier. Ja. Okay. So, Kamelia. Direkt mal das auf. So, du. Ich mach jetzt einfach mal. Ich mach jetzt hier Feuerball. So, ich mach jetzt hier. Okay. 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 Das war nicht gut. Das hat nicht gut. Okay. Okay. Vielleicht... Vielleicht ist der Trick... Vielleicht ist der Trick, den nicht da drin zu bekämpfen, sondern... Okay. 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 Ich speichere das aber auch direkt nochmal. Hmm. Okay. Well, I'll have to save you of course. Okay. First of all. Oh, oh, oh! Das sollte doch klappen. Wollt' ich sagen. So. Uh. Mhm. Da ist nichts mehr. Das Problem. Ne. Pick. Selbst mit Apprentice Lockpick nur 20%. 20%. Nein. Alter. Alter. Hallo. Hm. Na ja. So wirklich was gebracht hat. Das jetzt gar nicht. Na toll. Religion Check fällt. Sehr schön. Meine Truppes scheinen nicht die intelligenteste zu sein. Ja. Ja. Ich werde mich endlich sterben! Staunton. Licht meiner Leben. Nicht so dumme. Ich konnte dich niemals schlussieren. Ich habe dich entfernt von der Krieg, um dich zu retten. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist nicht in dieser gruby Stadt, wo alle dich lieben. Komm mit mir weg. Ich habe immer liebte dich. Es ist ein Trapp, es ist ein Trapp. Du liebige Filz! Du hast das Gefühl, das zu sagen zu meinem Gesicht? Aber es war dir. Es war dir. Es war dir. Du bist der Grund, warum ich alles verloren habe. Es war dir. Du bist der Grund, warum jeder mich liebige! Also war ich, der mich auf dich gebracht hat, in front der Leute, die du kennenzulernen hast? Es war ich, der dich verletzt, Jahr nach Jahr nach Jahr. Er hat dich verletzt. Er hat dich verletzt, verletzt, wie du bist ein Dredge. Und nicht das Wichtigste. Nein. Es war sie alle. Es war sie. Die Crusader und ihre Wunderschöne. Wenn du dich erinnerst, den Tag der Dresden verletzt, ich versuchte dich, um ihre neue Regier zu sein. Du hast natürlich verletzt, du bist und deine Prinzipien. Aber guckst du was von dir. Sie sprechen über Liebe, aber sie sprechen wirklich über ein Schreck. Wie 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 ein Schreck. Entschuldigung, dass es die Wahrheit gibt, in den Dämonen. Die Crusader haben ihn wirklich sehr verletzt. Ich sage das als ein Schreck, der hat sich verletzt, von den anderen Können des Iomedes. Aber wie alle Dämonen, sie hat eine Bühne von Lüten und eine Verletzung auf diese eine Grain der Wahrheit. Meine Autorin immer steht. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie werden die Dresden als König und ich werde deine Königin sein. Es gibt keine größte Lüten in all von Galarian als deine lieben Krusten. Sie sind die Verletzung von deine Königin, die Sie nicht verletzt. Sie sind die Königin. Die einzige Sache, die wahrnimmt, ist meine Liebe für dich, meine Lieblingszir. Die Lieblingszir, es ist alles gut. Ich bin hier. Wir werden niemals wiederholen. Los geht's. Komm! Ich würde... Ich würde sagen, das ist ein Nein. Kurses! Stabilено wie ein Mühle! Nevermind, mein Pferd. Nevermind. You won't get far. You will kiss the scratch and beg for forgiveness. You will be mine! Holy, eternally and willingly. Jandere! Tante ist ne Jandere! Das speichern wir nochmal. Ich glaube man kann hier nie genug speichern. Dann würde ich sagen gehen wir mal hoch. Irgendwas was ich hier noch looten salte. Schau! mhmhmhmhmhmhm. Hier ist echt ganz schön viel. Nope. Leave. You can trust me. Okay. Nicht gut. Oh fuck you. Hmm. Hmm. There is actually a Chamelea killed. Okay. Und dadurch ist kein anderer zu Schaden gekommen. I am helpful. Am I not? I am always ready. I am always ready. I am always ready. I am always ready to drink. I am always ready to drink. Okay. 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 Gut. Ich wollte halt sicherheitshalber. I am always ready to drink. I am always ready to drink. Hmm. We do it my way. Okay. Okay. Upon entering the chamber where the vanquished wallstone resides, the crusaders could have expected many things. An ambush, deadly spells, or a horde of enemies. But not an empty oil. Still in silence with no Minago or her henchmen. Only the balisks and glimmers of light dancing hang on the dirty floor. But then again, all is not as placid as it seems. Yilu once again hears the thieving core. Koya. This time the voices sound louder. More insistent. One step another. And suddenly Yilu sees the wallstone not as it was a moment ago, but somehow completely different. It is no monolith elementing light. It is a cage made of pure energy. The place where the scary strike looks like a festering wound on which tendrils of dirt, red and purple darkness creep throughout the entire artifact. In the inside, two hosts of flaming warriors are locked in battle. One is light, the other is blood-wet. But they are all waiting for what? Akin unto... Okay. The light warriors speak of duty, service and sacrifice made. The words reveal the truth of the wallstone. Each one contains a host of angels, volunteers from heaven. Who committed to this indefinite imprisonment in order to guard mortal kin from the demonic threat. They make no complaints. They ask no easing of the burden. If the goddess of the herod offered them the same choice again, they would consider it the ultimate honor to sacrifice their freedom for the cause. The angels know the scary evil plan. When the last of the light warriors falls, the wallstone will become a deadly explosive that will destroy everything around it. And the others obelisk in the chain will meet the same fate. The light warriors pray for help. They plead for someone to strike down their fallen brethren. Those who succumb to the demonic corruption are already beyond surveillance. But if they are stopped, it will allow the wallstone to heal and the lighthouse to continue. The crystal, which is discovered in the ruins of Canaveral, is the ideal weapon for this task. It will cut out the corruption along with those who have succumbed to it, and restore the wallstones to full. The eyes of the aeons until now slamming peacefully, therein's soul awaken. The urge therein to look upon the wallstone through them, and the aeons with to sleep. The red warriors speak of pain and lies and delusionment. The words reveal the truth of the wallstone. The barrier surrounding the world world is built on the bondage and suffering of countless angels. Every injury dealt to the wallstone, these angels experience as physical agony. The pain is driving them insane. Deceived by the hollow pletits about duties and service, they suffer torment day after day for the sake of ungrateful mortals, who do not even know their names enough. The red warriors know their blades, now turned against their former brethren, hasten the triumph of the scurry into servants. Once the wallstone has been wholly conquered by corruption, it will become a deadly weapon under the demon's control. Some of the overlays prisoners beg for freedom, while others pray only for death. What they all agree with this existence is unendurable. The crystal he chiseled is covered in the ruins of cannabis is the perfect weapon for a massacre. It cannot force open the door for those who wish to escape, but it can destroy the warstone along with all its prisoners, willing and unwilling. None will be able to claim victory, but all will be gifted a merciful death and will. The eyes of the Aeon preaches through the essence of matter and time to reveal the truth of the walls and the stones are just as much a perversion as the world world itself. The demons are not of this plan, but this did not give Eomeda and her hered license to disrupt the balance still further. By imprisoning untold numbers of angels in stone, a crime committed in the name of God does not offset those committed in the name of evil. It only multiplies the harm done to the cosmic order. That is the fate of two angelic hosts, faithful and fallen, and the fate of Canepus, perhaps even all men death, now rest in the heroine's hands. How will she proceed? Whatever this crystal chisel may be, its power is great indeed. It can destroy the stone along with all its inhabitants. All can mend it by killing the angel defectors within. With it cannot do. Alice is free those who wish to escape and keep the stone intact for those who wish to remain. The Aeon's eyes perceived as a solution to the goddess tinkering, one that will cost no life. One strike with a crystal chisel at the perfect point and the stone magic will be destroyed and all the energy will go to the rightful place, to heaven or to the plains of chaos and evil. The ruins of the Aeon's power and the dwarves all that is left of the Aeon's existence to the heroine. Using here to put things right, but somewhere deep within the heroine's soul, its familiar either thieves and less rage, and will it help? What will happen if it is unleashed here? At the stone. Unleash the demonic fury. destroy the stone with the oil family, and can carry the anger of the Reddoires by offering them peace, and the war is destroying the fallen solestines, reads the stones magic and returns its toujours to the Autobبد. Okay. Hm. Ich denke echt darüber nach, dass ich... Ich denke dass ich mit dem Körpersen und Köpfen sehe. Aber schau mal. Was ich schon sagen? Oh nein. Ich bin damit Körpersen. Oh, du bist und. Oh, du bist! I read the stones, magic and return that tells it to the Roger Planes. I read the stones, magic and return that to the Roger Planes. Okay, I'll do this. Okay, I don't know. 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 Shall we add to their festivities, my lady? How about a little lightning to burn their flesh? Oh no, Suture. We'll leave such frolics to do Skari's little nets. We are here for something else. Something I have greatly anticipated for a long, long time. We are here for a 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 long time. Save game is impossible. Hi. What happened there? Hi. What? What is happening? What are you doing here? How? I see. Tricks from your pathetic goddess. So even Iomedae will resort to dirty tricks when you have her cornered. Don't celebrate yet, mortal. There's no one to hide you from me now. Look, you're already wounded. Pathetic, mortal. I'll have no trouble finishing you off now. You'll die anyway. Oh, I'm sorry. I'm going to go a little bit. I knew a woman who thought, your goddess sent you to die. No time for debate. What's happening? Mythic Power. Oh, mhm. Okay, here is quite a lot of chaos. Hey, shit. Camellia is right on. Oh. But this is... This has worked pretty well, I must say. How are you doing that? Where is your power coming from? From where the power comes from? Come. Hedago! To me! Stanton! My darling! I knew you'd come back from me. Johnnet! Get over here now! Get behind me! If you want to finish her off, you'll have to step over my dead body first. Killing me won't be a challenge, I know. But I can last long enough to give her time to escape. Let him go. But I haven't done anything. He came to me on his own, of his own free will. Because he still loves me. Isn't that right, my love? Yes. I'm here of my own free will. Don't do it. And why not? I should do it. Mm-hmm. It's starting. It's... Shut up! I've been listening to fairy tales about redemption for 70 years! Enough! You think I don't know? You're hurting yourself. Just so she can hurt you even worse later. Und das alles, damit du dich fühlst, wenn du dich nicht mehr fühlst. Du bist sehr schuldig. Ich weiß, Frau. Aber es ist zu lange für mich etwas anders zu lernen. Wenn ich sterbe, für den alten Mann. genug zu reden! Wenn ich gehe, schnapp dich und weg! Nein, mein Lieber. Ich werde dich nicht verlassen. Wir gehen hier zusammen. Und wir gehen, wo wir glücklich sein können. Geh! Lass mich endlich! Gott, verdammt! Lass uns gehen! Du hast Gansen hier. Mhm. Track of the Vanity. Independent from your companions. You and your companions will new. Ach du. Every time your mythic rank increases, you and your companions will gain new mythic abilities and mythic fields. Your mythic rank will increase the game store. Trickster. Demon. Uh-huh. Mythic heroes are set apart from the contemporaries capable of amazing fields. In spite of this, they are still similar to men. Mhm. Points, armor class and saving fruits. In fact... ...the statistics were... Mhm. Or something's strange. Mhm. Forced reality... ...with the characters... Dwell the power from lore, against... ...in ability to force reality upon them. Mhm. Und... Every enemy will display magic here, if you can. Okay! Let's draw the power from chaos gain and the ability to create three illusional copies of themselves. Last one, when her mythic rank and ejecting the character from attacks those characters can... Close to the abyss, mythic characters that draw their power from the abyss grow a pair of horns, gaining a gore attack. This attack is made with a... Uh-huh. This brings me, I believe, not so much. Close to the abyss. Mythic characters that draw the powers from god gain and the ability to unleash array. Okay. Arranged. Okay. Hm. Hmm. Death habe ich nicht. Good. Abyss. Chaos. Law. Freedom. Alter. Is it a bolt of... If a character is that... Mhm. An ability to unleash a bolt of energy from an elysium itself, targeting an ally for forewaffen. And then this bolt deals... Points of damaged enemies if used an allied bulletin. And instead charges their attacks with weapons for a plosthumatic... Das ist nicht schlecht. Ich hab aber... Ich hab genau ein Gefühl, dass ein Träger ausgesprochen wird. Sie sind nur Bescheid von mir. Das ist die Wahrheit, dass das Träger ausgesprochen wird. Wie ein Träger ausgesprochen wird. Und die Fläger ausgesprochen werden. Bonus to all skillchecks. Hm. Das ist nicht schlecht. Bildungsschild. Kassellevel. Hm. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ach du. Na das wird ne spaßige und längere Folge. Ich bin... Ich bin echt am überlegen ob ich mit... ...denen für sie gehe. Abundant Casting. Atem. Du bist der Master des Mages. Armourspell. Hm. Deine Attacks sind jetzt weniger effektiv bei Glück. Du wirst nicht missen wenn du... Das ist an sich ja ganz nett aber... ...und du hast einen Kassel. Du hast einen Kassel. Du hast einen Kassel. Okay. Die... Die Summonen nicht. Also... ...Lilu summont nicht daher... ...Lilu castet auch nicht... ...ist das ja schon eher... ...Sacredent Elements. ...und sie machen sich dazu. ...und sie machen. ...und damit aus der New Deal. Ich kann nur lange... ...nä. Bringt ja nichts. Battle Meditation. Er... ...atem... ...atem... ...mhm. Das bringt nichts, Cleavingshot, ja. The warrants inflicted with your natural attacks are anything but a natural defense of study. You found a way to use the perception alerts too. Your stated target ability gives you a bonus too. Your ranged weapon, elemental barrage, your master that's offering elemental spell. Emergency help in a dire situation, you can instantly make your way to companion daint. Benefit wherever you make an attack opportunity, you gain the bonus of attack roll and damage. You're an inspirational leader, you're a beacon of hope. And they perform better near you. Alice, gain the bonus. Last stand I have, I think, with her. Last time you hit a target in a melee combat, you will leave a mark on it. And I take the mark target. Ooh. That's of course not bad. Master shapeshifter. Ranging. You can create a search of mythic power. Unrelenting assault. As long as you keep fighting the power of your melee attacks keeps improving every turn. As long as you make at least one melee attack, you gain an attack bonus. Oh. 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 Das ist natürlich auch ganz geil. Also ich bin echt... Awful. Abundant key Abundant Nej. Belustin judgement. Etciple domain, improved. Abundant rage. Mmm. Mhm, Anime Companion is just, Anime Companion gains a bonus to its distinctive type, mhm. You have found your way to infuse your blood with even more benefit. Prude doesn't have the following of... Ah, hm. It doesn't work, apparently. Mystery... Filled Spirit... Hm. So, either I'll do Unrelenting Assault or Leading Strike. Every time you hit a target in melee combat. Das heißt, dadurch, dass ich hier sowieso mit zwei Waffen angreife, treffe ich auch zweimal, deshalb sollte ich das dann nehmen, denke ich. Tutsch jetzt nur Mufikafia gegen die Verlustrische Ice Brigade, mhm. No matter what you... ... So, Mufikafia... ... ... ... ... ... ... ... ... Conjunctations Check Resort to attack your opponent, mhm. Da kann ich gerade... Nicht machen, hm. Okay. Bevor ich... Bevor ich da jetzt die Mythic Path-Dinger hier weitermache für die... Speichere ich erstmal. Und beende hier die Folge. Einmal länges Interesse. Okay, bald ist der Level... Bald ist Lilo Level 6. Ich hoffe, dass... Mit Level 6 kann ich hoffentlich auch dann... Dexterity auf 20 bringen. Dann hätte sie plus 5 dort. Das wäre nicht schlecht. Aber gut. Nun gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal. Ciao.